Schnell, schneller, Hauptstadt Sport TV. Am Highspeed-Wochenende erwarten euch gleich zwei rasante Sportarten und die haben wir jetzt ganz fix zusammengefasst, also Lauscher gespitzt und zugehört. Der BRC startet von Platz 5 in die heiße Phase um die Playoff-Plätze. Mit bis zu 150 kmh sollen gegen den Mannheimer HC die kleinen Kügelchen über den Rasen und vor allem ins Tor fliegen, denn so langsam wird es ernst im Kampf um die Halbfinals. In Mariendorf wird es tierisch schnell, ein Fahrer, eine Pferdestärke und aus der gilt es beim traditionellen Edmund-Tornican-Rennen die letzten Prozente herauszukitzen, also Wettscheine bereitgelegt und mitgefiebert. Blitzschnelle, kleine Kügelchen, rasante Pferde, eins fix drei auf eurem Hauptstadt-Sender, so schnell so packen, das Highspeed-Wochenende auf Hauptstadt-Sport TV angeschnallt und reingeklickt.